Herzlich Willkommen bei den Gebruder Games und ihr seht ja schon am Titel, es geht heute um die Turniermeldung. Was ihr tun müsst, kommen wir gleich zum Punkt. Ihr müsst einfach nur einen Dreier gespannt haben, also drei Leute und davon ist einer Teamleader, der schreibt unter dieses Video in einem Kommentar seinen PSN-Namen, damit ich ihn adden kann, anschreiben kann und natürlich dahinter noch den Teamleader von euch. Also falls ihr Bock habt mitzuspielen bei dem 3 gegen 3 Turnier, was jetzt am Samstag stattfindet, wir werden das so machen, dass es dann jedes zweite Wochenende so ein kleines Turnier bei dir gibt. Da kann es natürlich auch mal ein 1 gegen 1 geben, ein 5 gegen 5, aber hauptsächlich will ich mich da auf das 3 gegen 3 Turnier konzentrieren. Kleine kurze Turniere, die an einem Tag Anfang und am Ende auch Tagesende dann auch typisch beendet werden und nicht sich über Monate hinziehen, so wie man es bei vielen großen Turnieren kennt. Und falls ihr darauf Bock habt, ihr seid drei Leute, meldet euch einfach der Teamleader, schreibt da einfach einen Kommentar mit eurem Teamnamen und dann sehen wir uns schon diesen Samstag bei dem Turnier. Und wenn ihr wirklich mal Bock habt, dass nicht ich caste, sondern irgendwer anders, könnt ihr euch natürlich auch bewerben und hier schreiben, ja ich möchte auch mal gerne einen Turnier casten. Dann kann ich, habe ich natürlich die Möglichkeit auch mal mitzuspielen, eine 1 gegen 1, 3 gegen 3 oder vielleicht ein 5 gegen 5, wenn es irgendwer anders casten möchte. Natürlich einfach kommentieren Leute, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Waymo 6 Siege Stream. Peace out.